Ich bin gleich fort, Mann! Nenn das an! Hab ich doch! Ja, dankeschön. Meine Aufmerksamkeit ist Lust-Taste beim Nummer 1. Ach, da bist du. Sorry. Oh, der war knapp, Mann. Alles gekonnt. Sorry. Einmal mit Profis A. Oh, das hatten wir noch nicht. Die hatte ein Fleisch-Tildo. Ne, Tentakel. Das ist eigentlich ganz gut. Meinst du? Ja, das meine ich. Ich heiße Marvin. Nein. Das war für Patrick am 30.10. Willkommen im Super-Power-Fight-Club. Ich war für Patrick. Kann ich ja auch mit meinen Stampf-Attacken jemanden töten? Ja. Du sollst hauptsächlich hier mit deinen Fähigkeiten töten. Wenn es mal klappen würde. Scheiße. Ja, jetzt sind es auf jeden Fall tot. Erstmal bugger der Beben. Das ist scheiße, weil ich nämlich tot bin und es auch nach Zeit geht und wir noch drei Minuten Zeit haben, um alles, ähm, drei Weinen zu fesseln. So, aber warum bist du tot? Gut. Weil ich gestorben bin vielleicht? Wieso? Noi. Ja, du kommst drauf. Okay. Diesmal gehe ich nicht ins Menü und tue irgendwie bucket-up hier. Nein, das war ein bisschen dumm. Hey. Ja. Würdest du sagen, ich bin dumm? Ich hab' Pfelsaft, oh Gott, Pfelsaft, oh. Willkommen zur Super-Power! Ach, jetzt habe ich ja nicht mein Tuch, also habe ich doch keine Klasse. Habe ich auch irgendwelche Waffen? Ernsthaft? Das hat an mich drangesprungen und das hat mich nicht runtergehauen. Warte! Und so oft, ey, Junge. Mh. Ja, mach's bitte mal. Ach, läuft. Ach, läuft. Boah, wie das sowas schon klappt. Klappt super. Ich komm' nicht klar mit Faust und Fähigkeiten. Den nehmen halt einfach deine Dingsfähigkeit, deine Eisfähigkeit und rein die da um, genau. Oder du nimmst an Telekinese Zeug und nimmst in den Kugel und tötest du damit. Ich hab' auch ne Idee. Kann ich dir einfach umrennen? Ne, klappt nicht. Ne, das umrennen klappt nicht. Outsch! This is gonna hurt. Ne, halt einmal mein Gott. Lol. Oh, Alter, das ist mir jetzt umständlich. Ich kann sie ja auch abtackeln. Ja, wenn die ich schon... Hast du grad echt das Ding nach mir geschmissen, Alter? Alter! Habe ich nicht? Was hältst du von mir? Was für ein Ding? Ne, Kugel. Ach naja, die kann ja auch die Kugel benutzen und dann die das. Oh Gott! Jetzt schlagt den... Dankeschön, Charakter. Das klappt nicht so einfach. Okay, das ist ein Modus, mit dem ich nicht, äh, so... Oh, natürlich brennt der Huren so. Ah! Ah! Geh doch mal auf! Die anderen, Mann! Kann schon wieder... Boah, Katze, geh mir jetzt nicht auf den Sack. Ey, ich bin schon! Danke. Ey, ich lebe wieder. Nur noch ne Minute Zeit. Weißt du nicht, dass wir dir hinkriegen? Oh Gott! Was war denn das? Habe ich jetzt hier noch ne... Ach, lol! Du, scheiß Schlampe! Oh! Gib dein Herz her! Und Nightblade ist down! Nightblade ist down! Wo ist der andere? Keine Ahnung. So, du hast ihn gefressen! Hast du jetzt grad echt die Kugel nach mir geschmissen oder zu mir gestingst? Ich denk, wüsste... Ich wüsste... Wie kannst du dich sterben? Wo ist der andere? Ja, dann würdest du ihn doch grad... Ich hätt... Nee, die Katze hab ich getötet. Wird doch nur im Zwang gezeigt. Das nervt mich grad so ein bisschen. Ah, hier, du musst den Nightblade exekutieren. Oh! Oh! Der Huhnsohn ruft, das ist der Fiedelt, das ist halt der Fiedelt für mich! Habe ich auch nix mehr zu tun. Klapp, klapp, klapp! Aber ich glaub, es gibt's auch noch mit Waffen. Ich hoff's jedenfalls. Neeeeee! Neee! Ich brauch das nicht! Nicht wirklich! Gehört aber dazu! Gehört nicht dazu! Gehört nicht dazu! Ja, das ist ne Menge Asche, was? Zwei... Irgendwas halt! So, ich will jetzt aber erstmal ein Waffen laden! Jetzt mal 18.000 Bargeld aufgeben. Wieviel? 18.000. Also nicht viel. Aber bei mir sind 17.000 aus irgendwelchen Gründen. So, Upgrades an allgemeinen Schaden. Schaden, Feuer 2. Brauch ich grad mal nicht. Kräfte! Was hab ich denn alles hier? Supersprint. Hm. Blast. Oh, warte, 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 warte mal. Was stand da? Achso. Element, äh, Feuer... Hm. Okay. Upgrades? Was gibt's hier jetzt? Upgrades? Gar nichts. Okay. Ahh, Explosionen klingen. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Ah, Explosionen klingen. Ich weiß nicht, was das bringen soll. ach ja so wo ist hier ein waffenladen was war für den laden junge macht nicht so ein stress ich komme ich hier mit meinem gangsta an okay so wo ist hier der waffenladen da ist er waffenladen wo ist er denn hier ist er eigentlich alles fertig gehalten nein passaren habe ich definitiv noch ich wollte den job rein gehen munition kaufen waffen kaufen verbesehen fuc fuc Pümpel hat er was ich hier hab heute eigentlich mit dem Pümpel, der an dem Fein hängen bleibt, finde ich... Aaaaah! Okay. Hör sein Tauchbleiben, du... Lampö! Aaaaah! Schlampe! Aaaaah! Ernsthaft! Aaaaah! Messerwerfer? Folgt Messer und Vorsicht beim Zielverrückung? Alter, ist das dein Ernst, dass ich da jetzt grad... Aaaaah! Ich war gestern auf das fucking Motorrad. Oh, ich nehm das andere Motorrad, das mag mich bestimmt mehr. Oh, und ich bin doch gleich tot, oh, das läuft hier wieder, super. Ey, hier. Bleib doch hier mit deinem scheiß Motorrad. Ich muss das... Jetzt hab ich das echt... Hab ich das Motorrad jetzt echt versenkt? Oh, ich darf was anderes erholen. Oh, was? Was war das denn für ein Bug? Nein, es fährt auch noch weg! Oh! Nein, jetzt bleib doch! Bleib doch! Bleib doch! Bleib doch! Oh Gott! Ja, ja, ja! Nimm das Motorrad! Nimm das Motorrad! Ja! Was, lass mich alle in Ruhe! Nein! Was? Was machst du denn? Das heißt... Kannst du auch mal... Hallo! Aaaaah! Weißt du was? Weißt du was? Weißt du was? Ich nehme das Motorrad jetzt wieder Telekinesen und fliege da so hin! Jetzt zeig dir nicht mal! Ich hab dir jetzt überhaupt nicht einmal zugehört! Schon gleich! Ich hab das Motorrad kaputt gemacht! Aaaaaah! Ah, ich brenne auch noch! Oh, das ist der… Oh, ich brenne schon wieder! Ist jetzt gut, man. Ah, 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 ah! Oh, das ist doch nicht wahr! Nimm das! Oh, du du… Das ist… Oooohh… ja dankeschön nein bleibt doch oft ist aber das habe ich mir alles nach wachen die waffe können ich habe total weil ich mit dem waffen so lange beschäftigt war was hast du denn gemacht um vorgab so ein rotes ding zu machen und jedes mal hat mich das motorrad dass ich eigentlich fahren also dahin fallen soll hat mich das getötet das ist das heißt ja eigentlich nicht gemacht und tötet mich einfach übelst verpackt auf einmal das gerade genervt gestorben das kann ich die mission gar nicht mehr machen cool so ein mutter vk ich verstehe insider nicht von saufball oder so ist dort ok immer jetzt so ein scheiß wellen ding blöd und so viel das cool ist auto das hat überlebt ich hoffe das auto ist tot bin im moment bei dir jedem moment oder wir müssen mal alles kennen ist ja immer noch das weh natürlich normale menschen halt also die gegner ja ist ja gut lasst mich doch als endlich hier dankeschön ja ich bin da ja ich bin da kann die gegner da hinten kommen sie wir müssen Ich bin so glücklich, dass ich mich angreie mache. Ich bin immer auf, wenn es klappt. Hmmmm, leu. Warte, ich sollte mir vielleicht eine andere Waffe nehmen. Nein. Hoi. Damit krieg ich Geld, oder?